I need your love, I need your time, when everything's wrong. Wow, ich bin überrascht. Och, ähm, danke schön. Jasmin, wir müssen alleine reden. Kommen Sie kurz. Na gut, was gibt es, Dr. Desbuya? Also, ich habe etwas zu sagen. Äh, Entschuldigung. Ich? Also, ich wollte Ihnen gestehen, was ich für Sie empfinde. Ich Ihnen auch. Andy! Äh, 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 Äh.